Musik Levy Sherwood war bereits ein designierter Motorsportler, bevor er überhaupt laufen konnte. Der Grund, er sah schon in seiner Kindheit seinem Vater Dave, einem professionellen Speedway Racer, auf der Rennstrecke zu. Mit einem größten Vorbild in der eigenen Familie entdeckte Levy Sherwood seine eigene Leidenschaft für Sprünge, für Tricks und das am besten vor einer begeisterten Zuschauermenge. Nach seinem Triumph auf der Red Bull X Fighters World Tour 2012 ist Levy Sherwood 2014 erneut ein Anwärter auf dem Titel. Den ersten Erfolg gab es bereits mit einem Sieg in der Auftaktrunde in der Serie in Mexiko statt. Und jetzt zeigt Levy Sherwood in seiner neu gebauten Trainingsanlage einige FMX Einlagen und für Sherwood gehört so etwas fast schon zum Alltag. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020